Hey und herzlich willkommen zu Avon Colony. Wir spielen die Kampagne Sandy Gulch und dabei geht es darum, ich soll eine Bergbau-Colony bauen. So. Bau einen geothermalen Reaktor. Kalandra, du bist nicht verabschiedet, um explodieren zu gehen. Jack hat die einzige Möglichkeit, um explodierliche Missionen zu verabschieden. Kalandra, was ist passiert? Okay, irgendwas ist mit Kalandra passiert. Ihr Transponder ist nicht. Sie ist ein Koppel- Jack? Jack, bist du online? Ich bin hier, Borei. Jack, ich brauche dich in die Sandy Gulch-Colony mit einem Medevac-Unit sofort. Kalandra hat entschieden, eine unverabschiedete Mission zu gehen. Das ist nicht das, was wir brauchen gerade jetzt. Ja, meine Gefühle sind genau. Ich schreibe dir die letzte gewisse Position des siegelsen Transponderes. Ich bin auf meinem Weg. Okay, Gäuern, sieht aus, dass wir eine Situation in unseren Händen haben. Machst du was, was du kannst, um die Köln zu entwickeln, ich werde dir wissen, was du kannst, um zu helfen. So. Wir müssen... Wo waren nochmal die Drohnen? da. Baudrohnenknotenpunkt UNO. Neue Mission. Eine Eisenmine. Und unsere beiden Drohnen sind gerade weg. So, 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 so. Ich werde die Mission auch wieder kappen. Wie auch die letzte. Und ja. Let's go. Jetzt lass mich raten, muss ich einen Aniten herstellen. Mh. 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 So, zwei Kinoa-Farmen soll ich bauen. So, erhöhen wir mal die Geschwindigkeit auf zwei. Okay, komm schon, wird fertig da oben. So, Belohnung, Nahrung sieht ganz gut aus, dann nehmen wir die Manni. Neue Mission, O2 Außenpostgebäude. Eins bauen wir hier hin. . .. So, zwei neue Missionen, Zuwanderungszentrum und Mini-Lagerhalle. Oh, cool. Wie detailliert das auch da ist. Habt ihr es gerade gesehen? Ja. 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 40 Mais, ne 400, neue Mission, baue eine Lagerhalle. Für den Sauerstoff machen wir hier hinten auch noch mal so einen Ansauglüfter, so hier hin. Okay, Jack, wir haben die Medikamente in place und wir sind bereit zu beginnen die Extraction. Jack, bist du da? Ich bin hier, Vori. Ich habe Kalandra in der Fall. Vitals sind normales, milde Concussion, aber ich habe sie auf einem Rebreter und sie ist gut. Ich verstehe Kalandra's Curiosität, aber ich werde sie mit ihr über unautorisiertes Solo-Expeditionen. Ich bin froh, dass jemand anderes wird in Probleme hier, Jane. Aber es ist etwas anderes. Ja, was ist es? Es waren Signen der Struggle. Signen? Welche Signen? Es waren ein paar Funktionen auf der Suche. Und es war nicht eine von diesen Sandwaren. Okay, given ihre Status, ich empfehle mich eine Umgekehrt zurück in der Kolonie für eine Analyse. Das war es. Eine weitere Sache. Es sieht, wie Kalandra hat etwas gefunden da oben da oben da oben. Eine Art von Objekt. Sie hat sie in ihre Hande, wenn wir sie auf den Medikamente auf den Medikamente. Das ist wie ein Kube. Okay. Ich bin froh, dass es nur ein Stück von Werkzeug ist. Ich glaube nicht so, Rory. Es ist nicht man-made, und keine von uns sind da oben da oben. Okay. Was ich gerade gehört habe, war nicht man-made. Jack. Mach es weg. Stopp' zu holen meine Legge. Rory. Also, ich liebe Tomfoolie und Schenanigans, wie du so furcht von dir sagenst, kann ich dir das nicht sagen. Dann kann ich das nicht sagen. Das ist ein Stück coolier. Okay. Bring es zurück. Wir stellen es weiter an die Analyse des Kolonierschips. Das ist so. Ich bin raus. und auch hier irgendwo genau wir haben ein bisschen brokkoli ein bisschen brot ein bisschen mais allerdings stellen wir nur hier kinoa dingens da her belohnung zuwanderer neue mission 100 bevölkerung und exportiere ist da ein geometall eotermal reaktor neue mission erhöhe die nahrungserträge auf 24 die stunde wie viel haben wir jetzt ok zu wenig zu wenigstens Vielen Dank. Ich brauche ein Vorschutzzentrum. So, langsam und wächst es. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.